Der 40 Jahre Nippel, wer hätte 1980 gedacht, dass uns 40 Jahre später noch mal so ein Virus alle total erwischt? Keiner. Ich hab jetzt mal zwei Corona-Strophen gemacht. Und heute trägt man Maske, denn Corona muss das sein. Denn die Maske schützt den Mensch und deckt das Virus ein. Nur einigen von uns ist das Buch noch zu schwer, weshalb ich es noch einmal kurz erklär. Sie müssten wohl die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von allein fliehen. Auf Koppel-Nase kommt das Tun und das Band über die Ohren, denn dann hat Corona bald verloren. Und zusätzlich zur Maske gibt es jetzt eine App. Wer die unterliegt, ist nicht der blau. Wer nicht, der ist ein Dipp. Denn wir halten fest zusammen und sind stark und unbeirrt, damit's dann irgendwie wach wie früher wird. Sie müssen wohl die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von alleine fliehen. Auf Koppel-Nase kommt das Tun und das Band über die Ohren, denn dann hat Corona bald verloren. Und zusätzlich zur Maske gibt es jetzt eine App. Wer die unterliegt, ist nicht der blau. Wer nicht, der ist ein Dipp. Denn wir halten fest zusammen und sind stark und unbeirrt, damit's dann irgendwie wach wie früher wird. Aber erst die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von alleine fliehen. Auf Koppel-Nase kommt das Tun und das Band über die Ohren, denn dann hat Corona bald verloren. Genau.